schön dass eingeschaltet habt so ein showdown mit dabei sind hallo hallo ich bin ragun und natürlich ist auch noch hinter mir dabei ja ich bin dabei hallo ja nein was da hat noch nicht wenn diese vor der mann von loslaufen ein bisschen zeit ist ein bisschen ruhig ein bisschen nicht so hetzen hier ich mache das schon danke hier ist noch heilung noch ach das auch heilung für meine seele richtig zu eines von michael da oben was los darum was soll ich dachte der stirbt ich werde wieder rück zur sache haben genau die ich bin jetzt nicht gewann bin stehen geblieben kurz vorher war denen da auch schon egal hallo 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 immer wenn die rammel vorbeiläuft hallo hallo kriegst du mal so leichte leichte vietnam flashbacks nach hallo ey ist egal wo ich weiß noch wo ich einmal gesagt habe dass noch nichts passiert ich gucke aus dem fenster sagt hallo und wird erschossen wenn manева so hallo 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 hast du mit demะ meint auge zitiert Achso, dann habe ich öfters am Finger, in letzter Zeit. Das habe ich auch mal gehabt, irgendwie am Kleinfinger oder so, das war so weird. Mhm. Okay. Dann, was müsstest du dagegen, Hilf? Finger abschneiden. Achso, verdammt. Hätt's mir eher sagen müssen. Naja. Ach, Marcel. Ich nehme ihn doch mal. Ja, aber was für ein Magnesium. Oder... Kommt halt drauf an. Ja, ich weiß. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, das Oxid ist, glaube ich, das schlechteste, glaube ich. Ah, das ist mit Eisen, Oxid und so'n Gedöns genau das selbe, ist auch somit das schlechteste. Okay. Ich meine, das ist Oxide. Ich muss meine Freundin nochmal fragen, aber eins von beiden. Deine Freundin ist ja Apothekerin, ne? Wie kennst du denn mit dir aus? Ja, Apothekerin nicht, aber PTA. Achso. Was heißt PTA? Pharmazeutisch-technische Assistentin. Okay. Schlochi. Schlochi. Gehen wir zu Michael Baine. Sagen wir nach Lock Bay. Mein ich ja. Hey. Okay. Okay. Mach's in Lock Bay. So, was geht aus? Mach's in Lock Bay. Ah. Sag mal, du Scheiße. Erstmal die Konsole ausschalten. Toll. Oh Mann. Ja, ist kein Problem. Grimms hat die Konsole wieder an. Alles gut. Alle und so. So. Oh Mann, auch was geht. Alles gut. Ich weggeleine. hat die 50 meister 50 durch den klub 50 jährige ich würde ich würde ich im club geschmissen du bist ja keine 50 die läuft doch schon wieder sonst würde ich ja gar nicht schreiben also wenn die schräume das ist so cool wenn man in hand mit pfeil und bogen durch eine flamme schießt und danach brennt er und danach brennen die gegner um blut und das hätte ich sehr cool natürlich schneller und besser wird stimmt auf jeden fall wenn ich das mal über den fernseher gemacht hat musste muss ich das noch mit der ferne die durch eingeben das war krampf als erkannt ist der ganze nicht so gut ist das natürlich anschließen könnte auch hier sind auch durch welche habe ich aber nicht sag ich doch ich dachte man ist die auch ach so ach so hier sind ich weiß nicht ob hier leute sind aber hier wird geschaut da okay machen die gerade den boss die machen den boss ne Da steht ein Heif vor der Tür. Die Heif nur schnell wegzumachen, damit die uns nicht fühlen. Ja, da sind welche. Heif ist weg. Da sind welche hier, ja. Vielleicht. Ich mach's mal was rein. Ich hab was getroffen. Oh, fuck. Was? Ich bin reingefallen. Aber der hat geblutet wie Sau eben. Der ist hier irgendwo in der Ecke. Oh, der will hier links um die Ecke sein. Kommt ihr mit? Warte mal. Ich kann das mit ausleuchten. War toll, da seh ich nix. Ach so. Scheiße, stimmt. Der war doof. Ja. Keine Ausdruck. Der hat Lücken geworfen. Jetzt seh'n die auch nix mehr. Hm. Der scheint aber niemanden mehr zu jagen. Nee, nee, die sind auch so. Ich könnte den wegsprengen. Ja, ist gut. Nee. Du hast ihn noch angeschossen, dann hat er seinen, nee. Da hat er genau den Seitenschritt dann gemacht und dann ist, hab ich vorbeigeworfen. Oh. da gibt es so viele ecken auf einmal ja der ding muss das natur benutzen kannst dafür versuche ich kann von vorne anzuschleichen warte der ist noch im raid oder ja ist er kannst da reinlaufen warte warte und guckt pass auf da habe ich zwei fallen hingesetzt was da durchkommen sollte weiß nicht ob noch einer ist weiß nicht alleine war ich will ja hier läuft noch irgendwie einer glaube ich auf süden ich glaube noch einer der wird raus den langen weg hier drin wo man durch das gitter schleichen muss ja hier kann man durch hier hat irgendjemand eine falle entschärft ja hier habe ich welche hingepackt ganz vorne irgendwo wo das entschärft da müsste der mit dem aufzug runtergekommen die sind noch bei mir bei mir Romero oh gut an der kappes brenne ist gelöscht oh shit der schmeißt alle raus ah das fand ich gut boah shit den dichter den holt den anderen hier liegt noch hier liegt noch hier liegt noch Bei mir, wo ich die Pfeil gesetzt habe. Oh, da ist ein Zombie reingelaufen. Ach, warum? Die waren so gut. Ey, wo ist denn der Typ? Bei mir hier. Der ist am Bluten. Ich bin zu dumm. Ich bin zu einfach zu dumm. Der Blut, also der Blut wird beziehungsweise der muss sich heilen. Oh nein! Oh fuck, der ist da oben. Der ist oben raus. Der ist oben. Habe ich. Jo, sauber. Da können auch neue reingekommen sein. Ja, ich glaube, der ist oben noch irgendwo. Ey, ich sehe gerade nur einen auf 30, 15. Ey, hier oben muss ich... Da oben ist noch einer. Ja, da ist nur noch einer. Achso, der meinte ist okay. Huch ist nicht schlecht. Der holt den auf. Habe ich, ist tot. Nice. Ja, das ist ja auch keine Menge, ja. Alter. Und die war ja... Oh, ist auch gut. Achso, der looter die. Okay. Ne, alles gut. Ich hab den schon voll. Okay, dann äh... Ist das ein Pfeil? Dann gehen wir raus hier unter. Jo. Moment. Ach, den einen habt ihr... Dann schwimmt der eine und liegt doch auch nicht da unten zum Looten. Okay, dann lootet den. Joa, brauche ich jetzt nicht. Okay. Ab, 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 ab. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Yep. Weißt du, was richtig geil ist? Marcel hat jetzt hier so ein, ähm, so eine Fliegengittertür angebaut. Ich kann nicht immer schön die ganze Zeit ohne Bedenken die Tür aufhaben. Ist das noch dich? Kommt rein oder so? Ja, kommt nichts rein. Okay, das ist gut. Das ist echt mega praktisch, weil hier immer so viele Fliecher reinfliegen. Mhm. Ja. Oder Spinnis. Ähm. Hast du auch noch keine neuen gesehen? Also, hier nicht, aber im Badezimmer. Ja, gut, im Badezimmer ist ja wie ein anderes Ding so. Bei mir kommen aus dem Badezimmer Lüfter in immer ne Spinne rein. Ja, die wechseln sich da immer so durch. Die sprechen sich im Abend und sagen, oh ja, du bist dran, okay, ich geh jetzt. Ah, das hatte ich in meiner alten, in meiner alten Bude auch. Haben so nen scheiß Lüftungskanal. Ja. Ja. Das Ding ist, die kommen... Und ich hasse Spinn. Ich ekel mich davor so schrecklich. Das Ding ist, die kommen immer nur nachts, weil zwischen 22 bis 5 Uhr ist der Ventilator aus. Da geht der immer irgendwie aus. Und dann... Nein, der Ventilator... Ja, stimmt. Und dann kommen die mal irgendwie rein nachts. Aber tapfer oder lieber? Oh Gott. Da kann ich nicht mehr gehen. Wieso spinn? Da hatte ich auch schon mal beim Duschen, hat sich dann so von meiner Nase an abgeseilt. Ja, ich würde... Oh, ich würde... Oh, ich würde auswandern. Ja, moin. Ja, moin. Ich würde so was von auswandern. Oh, ich hab dir einfach nur abgesoffen. Oh, ne, ich mag das nicht mit den Spinn. So. Ja, drei Stück. Ich hab sogar das Fist gemacht. Wie das denn? Solide. Ich hab zwei. Der eine stand auch so schön rum. Hat die ganze Zeit mal reingeguckt. Aber gehörten die jetzt eigentlich zusammen? Ne. Keine Ahnung, aber merkwürdig. Ich glaube, die gehörten zusammen. Ich hab zwei gekillt. Der wollte schon mit. Hm. Naja. Dann würde ich aber trotzdem sagen. Wir habenbleiben. Da kommt noch was. Ja, schön, dass es eingeschaltet hat. So ein Showdown. Mit dabei sind noch. Der Fuchs und Dragoon. Und äh. Dragoos Afka. Äh. Der hat doch eine lächerliche Gaming-Überlaufe. Ah, kann man ja gehen. Oh. Ne, ein Magnet hat er abfüllt. Habe ich jetzt aber wirklich im Anstand. Ist dein Ding kaputt gegangen? Oder? Ne, ne. Ist noch was. Oh, warte. Du hast mir ein Bild geschickt. Warte. Ich guck mal nach. Oh, ging ja schnell. Äh. Hallo. Ah, okay. Ne, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hab gedacht, du hättest andere. Okay. Sieht auch cool aus. Warte. Mega geil, die Teile. Na. Ja, ich hab auch schon ein paar Favoriten. Ich hab auch schon so ein paar Favoriten. Oder da. Vielleicht wollte ich dann tatsächlich nicht mal wechseln. Wenn ich mal Bock hab, dann geh ich mal vielleicht auf Marvel oder sowas. Tauschte die dann ein Haus oder was? Bitte? Tauschte die dann ein Haus aus mit? Oder, oder wie? Oder stellt sich eine Ecke? Äh. Ich, äh. Ich, äh. Graf mir neu und stell die dann in die Ecke. Ah, okay. Wenn ich Lust hab, die zu sehen. Wenn ich Lust hab, die zu sehen. Wenn ich Lust hab, die zu sehen. Wenn nicht, dann kotze ich. Scheiße, ja. Kein Bock mehr. Ich hab keine Ahnung, worum es geht, aber ja. Genau so ist das. Ne. Displaced. Ach, was ich von dem her bekomme. Genau. Die Dinger oder was? Achso. Ja. Da hab ich drei, eins runtergeguckt. Ey, woher ist noch ein Hinweis? Oh, das ist um. Da ist ja noch ein Hinweis. Ach, glaub. Lief jetzt nicht so, wie ich mir vorgestellt hab. Was? Lief jetzt nicht so, wie ich mir vorgestellt hab. Äh. Raben. Wo? 60 würd ich's sagen. Guck grad, ob ich irgendwo fliegen seh. Also, wir gehen ja eh mal Richtung Reynard. Ja. Die Hühner gehen auch da drüben ab. Irgendwo. Der wo oder so. Na, hier so ein Wasserspaß. Das ist richtig, richtig schön. Das ist schon ein Wasserspaß. Das ist richtig, richtig schön. Das ist schon ein Wasserspaß. Leck's von dir. Ich hab gesagt, die haben absichtlich der Spiegel schnell gemacht. So machen wir dann den Wasserspaß rein. Was? 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 Oh du. Greyhound ist schon ein krasser Unterschied ey. War das ein krasser Unterschied? Greyhound. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Alles klar, Moon. Dankeschön fürs reinschalten. Schlaf gut. habe ich nicht geradeaus gibt es denn irgendwo heilung da drinnen war heilung hier ist aber auch noch heilung wenn man braucht umfällig losgehe die bräuchten auf 1000 hunde mäßig okay mit Union ich gehe weiter links ich schmeiß mir schmantt die gifte unten fliegen hoch da sind die unsere wir waren auch nicht unsere die waren mal weg bei mir irgendwo alles gut und gut ich hab dings drin ich habe von der raffel vor mir direkt unter der brücke ich guck rechts ein bisschen über die brücke hat den kollegen dahinter erschossen direkt oben an der brücke dann hast du jetzt nichts getroffen habe ich vielleicht habe ich nicht vergessen ich hatte eine frau dann liegt jemand dann habe ich die geträgt tatsächlich die mehrere waffen rum wie nicht hier liegen noch ja hier ist ja ich habe noch gut noch die kunst die lute hier schon ja mit aber aufpassen die haben doch nicht mitgenommen oder dann wird doch mal sagen drin 30 ich gehe mal außen rum auch das wasser scheiße und habe ich aufgabe ja 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 den habe ich auch nur gesehen jetzt noch mehr bei mir ja höre ich wasser geht noch 90 ist einer unten tier 1 hunter schlecht wie sie ihn geholt weiterlaufen ins haus ja auf ins haus rechts ich habe ihn vergessen jetzt noch noch zwei ja von dem ist tot es hält mich getötet drei leute sind dass wir aber zwei gegen einen noch mehr alle zu dritt schade daher dass er noch so gut getroffen hatte dadurch ich hab den nicht gesehen im kompon ja ich auch und der hat immer manchmal oben durch das fensterchen geguckt oder irgendwie sowas und war immer schwer zu sehen naja vier hatten war ein assist ein kinder die noch würde ich sagen genug bonus danke fürs einschalten abo gegründet nicht vergessen bis zum anschauen mit einschalten tschüss 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 tschüss